Namaste, Namaste. Ja, also 18 Augen Rudraksha. Auch eine sehr, sehr spezielle. Jetzt komme ich hier wirklich zu eins der besondersten Rudrakshas, die es so gibt. Also es gibt ja einige Highlight Rudrakshas, wie zum Beispiel die echte Runde, zum Beispiel Ein-Augen-Rudraksha aus Nepal oder 21 Augen-Rudraksha oder Tritjur oder so ganz besondere Rudrakshas. Und die 18 Augen ist eine der ganz, ganz seltenen. Sie ist nicht sehr häufig, sie wächst nicht sehr häufig, sie ist nicht sehr häufig anzufinden in der Natur. Es kann auch sehr schwierig werden, eine authentische zu bekommen. Genauso auch bei 21 Augen Rudrakshas. Also bei diesen Rudrakshas, 17, 18, 19, 20, 21, auch Gauri Shankaras sehr besondere und Ein-Augen-Rudrakshas, würde ich immer, immer sehr stark aufpassen, ob das wirklich eine echte ist oder keine Fälschung. Das sind die meist gefälschtesten Rudrakshas. Es fängt auch schon an, so ab 12 Augen, auch schon vorher, manche fälschen alles, aber da sollte man wirklich ganz genau hingucken, weil diese Rudrakshas halt natürlichen Preis haben, weil sie so selten sind und sich dann für Fälscher halt auch ganz besonders lohnen, diese zu fälschen. Die 18 Augen ist so selten, dass man sagt, dass ein Rudraksha-Baum vielleicht in 100 Jahren eine 18 Augen Rudraksha produziert. Das ist halt auch sehr interessant, denn viele denken, dass ein Baum immer dieselbe Anzahl von Rudrakshas produziert. Das ist nicht so. Es kann sein, dass ein Baum vier Augen, sieben Augen, zehn Augen und im nächsten Monat eine 18 Augen produziert. Und keiner weiß, was den Impuls gibt, warum dieser heilige Baum ausgerechnet dann diese eine Rudraksha aktiviert und wachsen lässt. Oder warum eben halt auch nicht. Man kann das nicht beeinflussen. Die Energie ist Budevi. Das heißt, sie ist verbunden mit der Erde. Sie ist ähnlich wie Lakshmi, gibt die Fülle. Nur Lakshmi kommt und geht und Budevi ist viel konstanter. Budevi ist eine Energie, die immer da ist, die immer Früchte gibt, die immer für ihre Kinder auf der Erde sorgt. Und dementsprechend ist das halt auch eine der kraftvollsten Rudrakshas, um Wohlstand und Fülle dauerhaft ins Leben zu ziehen. Die sieben Augen kann sein, es bringt kurzfristig eine gewisse Energie und dann geht es wieder weg auch. Und diese Fülle oder diese Energie, die durch die 18 Augen kommt, die bleibt. Die ist beständig. Das heißt, es ist halt so sehr, sehr gute Rudraksha für Leute, die ein Projekt starten wollen oder ein Buch oder ein Business, was wirklich Bestand haben soll, was nicht nur so ein Strohfeuer ist, sondern was immer auch weitergeht. Und sie passt besonders zu jenen, die eben halt auch ein großes Projekt haben möchten. Ein Projekt, wo sie auch Stärke bekommen, wo sie auch Rückhalt bekommen, wo vielleicht auch Gegenwind ist. Und auch für Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen. Denn diese Rudraksha gibt die Stärke. Sie ist verbunden mit der Erde, sie ist verbunden mit der Energie, der Erdung und dementsprechend auch das Wurzelchakra. Das heißt, Dinge hier auf die Erde bringen, umsetzen und die Bestand haben. Und sie ist wirklich sehr, sehr gut zu empfehlen und sehr gut geeignet. Zum Beispiel für Leute, die sagen, ich mache jetzt hier ein Geschäft auf und das soll 30 Jahre gut laufen. Oder das ist mein Projekt und das möchte ich wirklich segnen mit Dauerhaftigkeit. Ich kenne viele Leute, die ständig neue Sachen anfangen und die das wollen. Und ich kenne aber auch Leute, die wollen das nicht. Die haben das Problem, dass ihre Sachen nicht dauerhaft Bestand haben oder nicht dauerhaft sich energetisieren, nicht stärken. Das ist dann eine sehr, sehr gute Sache, so mit dieser 18 Augen zu arbeiten. Auch natürlich ganz interessant wieder die Stärkung des Wurzelchakras. Wenn dieses Chakra nicht stark ist, bringen wir Dinge nicht auf die Erde. Wenn das Chakra stark ist, haben wir auch eine Willenskraft und wir werden auch unterstützt. In diesem Fall von der Mutter Erde durch unser Wurzelchakra, dass eben diese Energie auch gut läuft bei uns. Also sehr, sehr wunderbare Rutraksha. Ich habe die hier in meinem Armband, was ich hier oben tragen kann. Da ist eine aus Indonesien drin. Da bin ich schon sehr, sehr froh. Auch das ist auf meiner Wunschliste, irgendwann eine aus Nepal zu haben. Das ist einfach, nach einer Zeit ist das einfach auch ein Hobby. Nicht nur ein Hobby jetzt in dem Sinne, wie ich habe sie dann und dann bin ich irgendwie froh oder so, sondern diese Energie auch zu spüren und die auch weiterzugeben an die Familie, an die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Das schwingt natürlich auch weiter. Das ist natürlich ein größeres Energiefeld auch, was sich da weiter ausbaut. Genau, also das finde ich eine sehr, sehr schöne Schwingung und sehr, sehr schöne Energie durch die 18 Augen, die da sich manifestiert. Und die Bodewi ist eben auch verantwortlich für die Erde. Das heißt, sie hält auch die Balance. Sie gibt diese Schwingung ganz besonders gern zu Menschen, die auch gut mit der Erde umgehen und die auch gut mit der Erde arbeiten, denn da hat sie den Segen. Also wenn man jetzt diese Rudraksha tragen würde und würde jetzt irgendwas machen, was der Erde schadet, da würde man keinen Erfolg mit haben. Das muss man halt auch wissen. Dann wird die Energie komplett dagegen gehen. Also angenommen, jemand möchte mit Abwässer ins Mittelmeer heimlich ableiten, Geld machen und trägt diese Rudraksha, ich komme jetzt auf so eine Zurück-TT, oder fälscht irgendwelche Studien für die Umwelt negativ oder mit Lymphosat oder so. Diese Rudraksha würde backfeiern, die würde, dass irgendwann wird es wahrscheinlich die volle Macht wieder zurückschießen auf die Person. Das Kamerad wird sich wahrscheinlich sehr schnell drehen, was ja auch gut ist. Alles besser, das Kamerad dreht sich schnell, als wenn man nochmal viele Inkarnationen warten muss und erst dann gar nicht versteht in einer anderen Inkarnation, warum passiert mir das jetzt nur vorsichtig. Also das ist wirklich eine, diese Rudraksha ist wirklich wichtig, dass die, wenn man sie trägt und Projekte macht, dass die auch gut sind für die Erde, dass sie nicht umweltschädigend ist. Genau, das ist die 18 Augen Rudraksha. Namaste.